Ich wollte nie den einfachsten Weg gehen. Ich wollte meinen Weg gehen. Die Herausforderung suchen. Im Sport wie im Leben gibt es Situationen, da denkst du. Du bekommst keine Luft mehr. Bist kurz davor aufzugeben. Aber wenn man es schafft, ruhig zu bleiben, zu atmen, nicht zu verkrampfen, merkt man, da ist noch Luft, da geht noch was. Antizipation, Technik, Timing und Kreativität stehen über Kraft und Aggression. Es geht nicht um Kräftemessen. Es geht um Kraftumsetzung, Effektivität. Create a path.